Sie haben heute hier aus den Wedernraden. Da ist der Mann. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh Und die Familie Brescher, liebe Damen und Herren, ist mittlerweile die Geschäftsführer und die Inhaber und die Schenketäten zu diesem Haus. Und der Seniorchef der Familie Brescher in der Freilich. Freilich, ich habe ein paar Grußworte zu uns, ich sage auch die Ehre, dass ihr da seid. Grüß euch, Grüß euch in der Südstraße. Danke, dass ihr alle gekommen seid, auch ein tolles Publikum. Danke euch, wie alle. Grüß euch. Grüß euch, Grüß euch, ein Applaus für diesen Publikum. Koppitz, Frechern, liebe Damen und Herren, Dankeschön. Da gibt es wirklich wunderbare Köstlichkeiten. Ich muss jetzt gerne ein paar tosten. Da gibt es auch eine Kotti da rein. Das Zucker, das ist immer noch ein Füß, doch, der hat einiger Bier sein. Passt mir was einig, wenn man das hat. Aber jetzt ein paar Schauer, ich so froh, dass ihr seid. Danke. 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 Untertitelung des ZDF, 2020